Als dieser Hund von der anderen Seite des Flusses Gänse jagte, fiel er leider in das eiskalte Wasser. Als ein paar Spaziergänger das sahen, ruften sie sofort den Rettungsdienst an und wussten nicht, was sie machen sollen. Aber als sie realisierten, dass vielleicht nicht genug Zeit bleibt, kam dieser Typ namens Jason aus dem Nichts und sprang in das eiskalte Wasser. Er brach das Eis, um zu dem Hund zu kommen, aber er wusste, dass sie innerhalb zwei Minuten aus dem Wasser sein müssen, weil es sonst tödlich für beide sein könnte. Er schaffte es, den Hund, den er nicht mal kannte, aus dem Wasser zu retten und als er am Land ankam, packen die Spaziergänger all ihre Jacken auf ihn, um auch ihn zu retten, weil seine Körpertemperatur sehr niedrig war. Der Hund, den er rettete, schaute sogar nochmal zu ihm rüber und wollte sich bei ihm für diese unglaubliche Rettungsaktion bedanken und wenn du Hunde magst, abonniere.